Moin, hier bei Galooten. Herzlich willkommen zurück zu Elex. Einen meiner neuen Alltime Favorites. Ich habe es in der letzten Folge, das war ja wirklich ein Liebesbekenntnis schon fast. Oder ein Glaubensbekenntnis an den Gott Piranha-Weiz. Das lassen wir jetzt diese Folge. Ich habe eben gerade auch noch mal im Twitch-Stream auch noch sonst was hier auch noch für Lobpreisung von mir gegeben. Zum jüngsten Mal, für die Leute, die es noch nicht wissen sollten, weil du zufällig hier reingeschaltet hast, das ist ein Live-Let's-Play. Das heißt, ich streame es auf Twitch und nehme es gleichzeitig auf. Vorteil für die Leute, die im Stream sind, die können halt ein bisschen mitentscheiden, was so passieren soll und was sie gerade sehen wollen. Sprechend. Komm, holz einfach drauf. Holz einfach richtig drauf. Oh, shit. Ne, okay. Das wird nix. Lol. Warum ist denn der gerade wieder aufgestanden schon wieder? Weißt du was? Dann ist das ja egal. Dann... Ja, komm mal, damit machst du auch richtig Damage. Mach mal weiter. Alter, oah. Nein. Oh, Gott. Oh, war das Arschknapp. Ja, war Arschknapp, ne? Scheiße. Kacke. Wir brauchen echt mit. Oh, weißt du was, Kollege? Wir, äh, verpieseln uns hier. Wir wollten sowieso in diese Richtung, oder? Komm mal mit, Kollege. Kann ich das einsammeln? Jo. Komm mit. Wir wollen in diese Richtung. Typ? Kommst du? Das. Kreischer, ne? Ne, weißer, okay. Oh, da ist aber ein anderes fieses Vieh. Ein fieses Vieh. Da ist nur ein blödes Vieh. Hahaha, voll hart ausgewichen. Äh, kommst du mit? Wir wollten hier in diese Richtung. Ich lass jetzt mal den Scheiß hier ein bisschen liegen. Und sammel gleich das nächste auf. Ich bin so geil. Geiler Typ, ey. So, komm. Wir laufen jetzt mal bitte ein bisschen weg hier. Hier sind mir tatsächlich zu viele fiese Viecher. Gerade. Ich will hier weg. Was sind das für Teile? Okay. Ich glaube, da komme ich eventuell hoch. Wo ist eigentlich mein Typ? Hi, Typ. Wir wollen hier weg. Ein paar Meter haben wir sogar schon geschafft. Alter. Ja, das ist, glaube ich, die Zitadelle von den Perikern oder irgendwas anderes noch. Keine Ahnung. Aber da wollen wir hin. Oh. Weicher mal. Ich will nur mal wissen, wie fies dieses Ding ist. Steinklau. Okay, ich mach schon mal kein Damage. Komm mal mit. Komm mal mit hier rauf, wenn du kannst. Ja, genau. Ich mach dir Platz. Komm her. So, und jetzt holzen wir da mal ein bisschen drauf. Ich greife an. Machst du Damage damit, ja. Steinklau, bleib mal hier. So, da holzen wir rauf. Ja, geil. Guck mal. Wenn er hier stehen bleibt, ist wieder so ein geiles Ding. Wie bei den Raptoren vor ein paar Folgen. Warte mal, was ist eigentlich was da an der Seite? Nee. Überleg, ob ich da irgendwie irgendwie den Scheiß wechseln könnte da unten. Ob ich da verschiedene Munitionsarten habe. Aber anscheinend nicht. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt einen Steinklau. Falls euch das interessiert. Das machen wir einfach mal. Jetzt fällt mir auch das erste Mal auf, dass da unten überhaupt diese Anzeige ist für die Munition. So, eigentlich Damage dran. Ja, nicht viel, aber... Oh, er muss schon mal nachladen. Okay. Das wird eng. Ich... hab eigentlich gehofft, dass ich das ein bisschen schneller machen kann, aber ich lass ihn jetzt immer mal halb viermal schießen und dann schieße ich einmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und ich schieße. Ach, komm schon. Dann drei eben. Drei. Ich hab schon die Hälfte meiner... meiner Dinger dann ihn schon verschwendet hier jetzt. Aber das war damals auch so mit dem Mindcrawler einen Gothic-1. Kann sich nur um Stunden handeln. Eins. Drei. Drei. Ja. Das wird tatsächlich ein bisschen dauern jetzt. Aber wir haben ihn schon auf ein Drittel runtergehauen. Jetzt muss ich ein bisschen meine Munition sparen. Ah. Ich frage mich, ob die Piranha-Bites-Leute sich eigentlich mehrere Streamer angucken oder YouTuber oder überhaupt wen oder wirklich nur ein, zwei Leute, so die wirklich großen. Also ich glaube auch, dass Gronkh das nachher machen wird. Kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, der hat das Ding ja quasi auch schon angespielt. Vor drei Monaten? Vier Monaten? Das Viecht da auch einfach stehen bleibt, ne? Das finden die wiederum gut. Die hätten die KI natürlich jetzt auch so einstellen können, dass die dann versucht, einfach wegzulaufen oder sonst was. Weil sie keine Schnitte sieht. Aber danke, Leute, dass ihr das nicht gemacht habt. Ich weiß nicht, wer das unmöglich ist. Alter, Wede gibt mir nicht mindestens 200 Erfahrungspunkte. Also 2000 ist noch geiler. Das ist unrealistisch. Klar, aber aber in Ordnung. Alter, ich habe 120 Pfeile in das Ding versenkt. jetzt gleich ist es weg. Aber dann hoffe ich, gibt das zumindest gutes Loot. 90! Dein Ernst! 90! Toll. Das war es jetzt nicht wirklich wert. Naja, gut. Oh, 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 oh. Da sind Menschen. Aber was für Menschen? Behehre mich ganz freundlich. Oh Gott, okay. Hallo? Starke Banditen. Aber ich habe mich ganz freundlich genährt. Also was soll das denn? Warum? Warum sind die so? Was ist mit denen denn verkehrt? Oh nein, und was ist das jetzt für ein Teil wieder? Oh nein, was ist das jetzt für ein Teil wieder? Blutkralle? Wow. Okay. Okay, in dem Teil mache ich immerhin Schaden. Och, und das Ding macht auch an mir Schaden. und das ist schade, aber Kacke. Willkommen. Bitte mal ein bisschen mehr heilen. Schnell. Was ist eigentlich mit dem da los? Oh. Kollege. 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 Nein, 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 Oh Mann. Weil ich auch keine Heiltränke mehr habe. Ich weiß gar nicht, ob ich eigentlich hier jetzt welche herstellen kann. Das könnte eventuell sogar angehen. Das wäre dann wieder nur ein bisschen doof von mir gewesen. Ach nee, ich habe sowieso noch irgendwie so einen kleinen Heiltrank, den ich nicht herstellen kann, weil mir kleines Heilkraut fehlt. Oh. Das ist doch scheiße. Gebt mir jetzt Leben ein. Bekommen. Weißt du was? Wir laufen einfach. Komm. Wir laufen da einfach hin und hoffen, dass wir auf die Art weiterkommen. Ja? Das sieht da aber eigentlich ganz schön cool aus hier. Ich finde diese kleinen Heilpflanzen gar... Oh nein. Achtung! Okay, da machen wir schon mal ein bisschen Damage. Ist das in Ordnung? Jeder hat getroffen. Der hat richtig gesessen. Es tut mir leid. Ich versuche hier eigentlich den Kampf gerade ein bisschen mehr wieder... aus dem Dickich rauszukriegen, aber irgendwie wird das nichts. Oh! Pfff, das war eng. Oh, schön, der hat gesessen. Oh, und der von ihm leider auch. Okay, ja, komm, komm, den kriegen wir doch zumindest. Oh, ich sehe wieder nix halt, ne? Okay, er liegt, er liegt, er liegt. Gott sei Dank. Er ist weg, er ist hinüber. Ist okay für mich. Eins. Oh, oh, ich habe nochmal welche nachgeworfen, schade, ich werde die gar nicht gebraucht. Nun, so ist ja wie es ist. Ah, so ist ja wie es ist. Was ist das denn? Das ist keine Pflanze zum Looten. Okay, das hätte ich gedacht. Damit hätte ich jetzt... Ich habe eine kleine Heilpflanze entdeckt. Da kann ich mir einen Heildrang, glaube ich, von machen. Yay! Na, wo ist er da? Kleiner Heildrang. Kleines Heilkraut. muss ich denn die Heilpflanzen noch verarbeiten oder pflanzen? Heilpflanze? Ach, die kann ich selber auch verwenden oder wie? Gut zum Brauen von Tränken gegen, äh, kleinere Kixslot. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht irgendwie auch kochen kann oder so. Kann das angehen vielleicht? Warte mal, waren wir hier nicht schon? Nee, wir waren, wir waren, wir waren. Wo waren wir denn? Hier waren wir. Nee. Hier irgendwo waren wir. Genau. Und jetzt sind wir... Alter, wir haben richtig Meter gemacht. Leute! Okay. Warum können die fliegen? Was hast du denn gemacht, Vogel? Na, wir laufen mal kurz hier oben lang, glaube ich. Ich glaube, das ist eine Idee. Hier unten sieht zwar auch ganz witzig aus, aber... Wer, 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 wer bleibt mehr... Oh. Aber das kann doch nicht sein, da liegt Stuff, den ich haben will. Kein Ernst? Komm ich da nicht ran? Das ist ein Armeerrucksack und so. Und Armeeschuhe. Anschreien, Falk, ist schon wieder so ein Ding, oder? Komm mal mit hier lang. Was ist hier denn? Irgendwie ist hier alles ausgestorben. Mir liegt so ein Stuff noch rum. Heiltränke-Truhe verschlossen. Ohne Schlüssel wird das nichts. Ohne Schlüssel wird das nichts? Okay. Oh. Dein Ernst? Oh. Na komm, Kollege. Warum wir da auch mich wieder haben, ey? Ja, ist doch wieder klar, ey. Nee. Weißt du was? Nö. Einfach weil nö. Nö, 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 nö. Oh. Oh. Ha. Hm. Alter. Aber jetzt klingen wir die Szene hier nochmal zu sehen. Schon ein bisschen witzig. So, wie weit müssen wir denn letztendlich noch? Sowieso ein bisschen südlich halten. Ah, warte mal. Ich werde mal einfach mal versuchen. Nee, die, äh. Ich hab schon überlegt irgendwie, ob ich diese Vögel auch kapiteln kann, aber das wird nichts. Die triffst du nicht. Das ist auch nicht... Ich glaube, die haben nicht mal eine Hitbox. Quasi vielleicht gar keine richtigen Objekte hier in der Spielwelt, sondern liegende Texturen. Oder sich bewegende Texturen. So, guck mal. Ich bin der beste Kämpfer der Welt. One Hit. So, ich will hier nochmal looten, bitte. Den scheiß nenne ich jetzt mit. Das lasse ich mir nicht nehmen. Liegt da eine Notiz? Anleitung. Heiltrank. Anleitung für einen normalen Heiltrank. Oh. Geil. Dankeschön. Dankeschön. Genau das brauche ich jetzt auch. Elixit. Großer Heiltrank. Rucksack. Was finden wir? Den Truenschlüssel. Dankeschön. Ja, gerne. Klar. Nein. Danke. Speichern. Und zurück, bevor der Reit ist, wir da sind. Da war nämlich ein Viech gerade in der Ecke. Aha. Guckst du. Elektroschütziger Elixit. Ja, gut. Minöser Zettel. Oh, warte mal. Das wollte ich noch. Das war auf dem, haha, auf dem Turm, wo wir vor zwei Folgen waren. Wenn jemand diese Zeilen liest, bin ich vermutlich lange tot. Entweder hier oben verhungert oder von diesen grauenhaften Kreaturen da unten gefressen. Ich habe die Konsole aufgebrochen und mein Datenstick direkt mit der Antenne verbunden. Sollte nun in Dauerschleife meine letzte Meldung senden. Allerdings ist das Mikrofon kaputt gegangen. Ich war nicht in der Lage, einen richtigen Notruf aufzuzeichnen. Alles, was ich hatte, war die Aufnahme meines letzten Funkspruchs. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, mich findet jemand. Dann gucken wir mal, was der ominöse Zettel sagt. Eines gewissen Fred. Fred war hier. Tschüss. Also auf jeden Fall. Und das finde ich halt auch immer toll. Viel, 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 viel Liebe zu Gags und und, und, und Easter Eggs und solchen Geschichten. Sowas mag ich auch immer ganz gerne, wenn der Entwickler wirklich halt Bock drauf haben auf so einen Scheiß und was auch machen. Was sind das jetzt für Leute? Sind das böse? Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Das für Leute. Outlaws. Wenn ich etwas als Kunst bezeichnen würde, dann diese Kuppel. Ein wahres Meisterwerk der Technik. Lass mich damit in Ruhe. Sind das hier die Outlaws? Nee. Sind doch nicht die Outlaws oder was? Also die Leute hier, schon klar, aber... Oh. Hunter? Willkommen im Lager der Unreinen. Wo sich die armen Seelen treffen, die diese stinkenden Kleriker nicht in die Stadt lassen. Was macht ihr hier? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Wir warten hier darauf, dass sich die feinen Herren Kleriker dazu entschließen, uns in die Stadt zu lassen. Es gibt einige Outlaws in der Stadt, die die Kleriker bereits bearbeiten, dass die Eingangskontrollen gelockert werden. Aber sowas braucht Zeit. Wenn die falschen Leute Wind von euren Plänen bekommen... Das passiert sowieso nicht. Die Kleriker hören nur das, was sie hören wollen. Ich möchte auch in die Stadt. Das ist ja cool, dass der jetzt mit eingestiegen ist. Ins Gespräch. Nein. Da du kein Outlaw bist, würde ich es an deiner Stelle erst einmal versuchen. Wenn er dich wegschickt, dann komm wieder zu mir. Ich wüsste vielleicht, wie du hineinkommst. Das ist allerdings mit etwas Risiko verbunden. Das ist ja cool, dass der da jetzt ins Gespräch mit eingestiegen ist. Das ist richtig geil. Und jetzt gucke ich mal noch mal nach diesem Rezept, nach diesem bösen Rezept noch mal. Okay. Ja, das würde ich jetzt hier gerne herstellen. Mit Wein und Heilpflanze? Ja, den möchte ich gerne herstellen. Wie... Wie stelle ich den jetzt her? Ich kann bestimmt irgendwo an irgendeiner Stelle direkt Viecherdinger da herstellen, aber... So, da ist der Scheiß. Oh, warte mal. Da oben liegt was. Wie, da ist er selbst dran schuld? Kleiner roter Stein. Haha. Und Granate, schön. Oh, da sind Viechers. Okay. Das hat die Geräusche gemacht. Alles klar. Komm schon. Oh, stell dich doch nicht so doof an, Typ. Oh, ein Köcher von... Nee, Speere. Speere. Ich hab mich schon über Pfeile gefreut, aber nein, Speere. Oh, guck mal. Oh, dankeschön. Der Teleporter hat eine Verbindung zu einem weiteren, der sehr weit entfernt von hier ist. Scheinbar habe ich gerade noch einen weiteren Teleporter in der Nähe des Horts der Kleriker in Ignaton aktiviert. Okay. Das habe ich. Relikt? Ja, okay. Und hier oben, ja lol. Geilomat. Geilomat. Topnotch. Ist denn das? Hey, warte mal. Ja? Ich suche einen Kerl namens Ray. Ich auch. Er ist ein Outlaw und hat meist eine ziemlich große Klappe. Du hast ihn nicht zufälligerweise in letzter Zeit gesehen? Und wenn es so wäre? Pass auf, du sagst mir besser Bescheid, wenn du den Kerl irgendwo siehst, klar? Was zahlst du für eine Information über Ray? Den suchen viele. Du nimmst besser den Mund nicht so voll. Du kannst froh sein, wenn ich dir deinen Schädel nicht verbeule. Ich werde dich im Auge behalten. Die Waffe will ich hin. Also, Typ. Im Ernst. Was ist jetzt los mit dir, ha? Typ. Was ist los? Der Tod von Bombi wird die Geschichte verändern. Was muss man bloß anstellen, um auf so einen Steckbrief zu landen? Dieser Ray hat ein ernsthaftes Problem. Das ist halt ein NPC, den wir noch nicht hätten töten dürfen. Aber ich will das einmal sehen. Ray, Läufer der Outlaws von Tavar. Tausend Splitterbelohnung. Ablieferung um Mitternacht am Haupteingang zum Vor. Ich werde doch täglich mit der Belohnung warten, bis mir jemand dieses Schwein ausgeliefert hat. Tot oder lebendig. Big W. Also Big W. Nicht Big Daddy. Ich wollte nur mal kurz klarstellen, wer hier der Mann ist. Der hat mich scheiße angemacht. Auch wenn ich den nicht hauen musste. Aber ich konnte. Und darum geht es gerade. Ich will einmal noch mal kurz hier reingucken, in diese Kuppel. Gregor. Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Lass uns durch. Wenn ich euch kennen würde, vielleicht. Aber dem ist nicht so. What? Woher bekomme ich eine Zugangskarte? Gar nicht mehr. Wir haben Weisung, niemanden mehr hineinzulassen. Diese Stadt ist ein Pulverfass. Und wir Kleriker versuchen alles, um die Ordnung aufrecht zu erhalten. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr schädliche Elemente in die Stadt zu lassen. Die Outlaws scheinen mit unserer Führung nicht ganz zufrieden zu sein. Aber ohne Ordnung und Gesetze kann keine Zivilisation bestehen. Und wir können hier keinen Aufstand gebrauchen. Es gibt eine Menge Leute, die nicht in die Stadt kommen. Mit denen kannst du dich ja zusammenschließen. Sie haben sich weiter draußen in einem der alten Häuser eingenistet. Mission ausgesperrt, okay. Wie steht es um Truppenbewegungen der Alps hier in der Gegend? Tja, hier in Abessa ist eine Menge los. Das ist Abessa. Was war denn daran, dass wir uns hier so nah an Xarkot, dem Eisland im Norden, befinden? Mich interessieren vor allem die Elexetoren. Jetzt wo du es sagst? Elexetor Kallax ist vor ein paar Tagen mit seinen Soldaten und einer Truppe Kampfmaschinen hier vorbei Richtung Norden gezogen. Keine Ahnung, was er hier wollte. Aber er schien sich nicht für unsere Stadt zu interessieren. Kallax zog in den Norden. Wie lange ist das her? Ich sagte ja, ein paar Tage. Er ist mit Sicherheit schon wieder in der Hauptbasis der Alps, im Eispalast oben in Xarkor. Warum interessiert dich das? Du bist doch nicht so lebensmüde und willst es mit den Elexetoren aufnehmen, oder? Nein, ich bin noch nicht so weit. Aber es ist gut zu wissen, was der Feind vorhat und wo er sich gerade befindet. Oh Mann, noch so ein Spinner mit Heldenkomplex. Ich hoffe, das ist nicht ansteckend. Komm mir bloß nicht zu nah. Ja, was ist mit dir jetzt los? Wie sieht's aus bei dir? Ich bin etwas verwirrt, aber das legt sich sicher... Jetzt ist er sogar sauer auf mich mittlerweile. Ich will mal... Pass mal auf. Pass mal auf. In Ordnung. Ich helfe dir bei deinem Auftrag. Hervorragend. Nach meinen Recherchen haben wir noch eine lange Reise vor uns, bis wir alle Teile gefunden haben. Das wird sicher unterhaltsam. Warten wir es ab. Okay. Jetzt haben wir quasi immerhin mal sein Scheißding da jetzt durch, damit wir da mal... Na? So, pass auf. Elektrotechnik für Falk. Zeig mir doch mal... Haben wir hier was in der Nähe? Guck mal, wir hätten hier sogar was in der Nähe. Da laufen wir mal hin und holen das mal. Halt! Ohne Gült... Ich würde ihn gerne mal ansprechen und selber mal irgendwie fragen. So, Alter, was ist mit dir... Warte mal. Stopp, stopp, stopp. Halt, bevor ich jetzt ganz durch... Hier unten ist der andere. Also... Sinnvoll hochzulaufen, dann wieder runter. Komm. Es ist sinnvoller jetzt gerade. Alter, was ist... Äh, nee, da wollen wir, glaube ich, nicht hin, oder? Pass auf, hier gibt's 100 Pro so einen geheimen Zugang noch. Ich schwöre, das Koran jung. Oh! Wer bist du? Halt! Gustav! Wie ist die Lage in der Stadt? Die Stadt steht kurz vor der Explosion. Outlaws, Berserker, Kleriker. Alle auf einem Haufen. Ich sage dir, das wird nicht mehr lange gut gehen. Man sollte sich gut überlegen, wem man hier einen Gefallen tut und wem nicht. Besonders diese verdammten Outlaws überall gehen mir auf die Nerven. Du scheinst Outlaws nicht leiden zu können. Wundert dich das? Wir haben viel zu viele von ihnen in der Stadt. Sie machen nichts als Probleme. Und draußen vor der Stadt auf dem alten Hof hängen schon wieder ein halbes Dutzend von ihnen herum. Ich wünschte, irgendjemand würde sie einfach vertreiben. Wenn du verstehst, was ich meine. Du willst, dass die Outlaws vor der Stadt sterben? Wow, wow, wow. Immer langsam. So habe ich das nicht gesagt. Auch wenn ich es bestimmt nicht schade fände, wenn sie keinen Ärger mehr machen würden. Wegen den Outlaws vor der Stadt? Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden bringt, auch großzügig entlohnen. Merken wir uns mal. Wenn der Preis stimmt, werde ich mich um die Outlaws kümmern. Gut ausgerüstet siehst du ja nicht aus. Aber gut, wenn du es wirklich schaffst, will ich mich nicht beschweren. Die Bezahlung sollte kein Problem sein. Geh einfach zu den Outlaws und bring mir ihre Köpfe. Dann bekommst du deine Bezahlung. Ich weiß nicht, ob wir die kaputt kriegen. Du willst ihre Köpfe? Bei Karla, nein. Was soll ich denn mit ihren Köpfen? Das habe ich nur so gesagt. Sorg einfach dafür, dass die Outlaws verschwinden. Und lass dich los nicht auf einen Handel mit ihnen ein. Sonst kannst du deine Belohnung vergessen. Von welchen? Du bist ihnen bestimmt schon begegnet. Sie sammeln sich östlich von hier auf einem der alten Höfe. Ja, ja. Gar nicht weit von der Stadtmauer entfernt. Dann geh zu Gregor am anderen Tor. Er ist der Einzige, der die Erlaubnis... Es werden nicht mehr sehr viele Leute... Das liegt wohl auch daran, dass so viele... Okay. Merken wir uns. Wir laufen aber einfach mal weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier eventuell noch was zu finden ist. Oder dass wir halt tatsächlich noch ein paar andere Leute irgendwie mal ansammeln können. Und vielleicht kriegen wir ja quasi mehrfach die gleiche Quest und erfüllen sie einmal und dann ist gut. Ich finde, wir haben mega viele Punkte dafür. Rein theoretisch könnte ich jetzt auch hier rüber, ne? Aber oh. Ich befürchte, dass die Leute da oben dann ein bisschen durchdrehen würden. Eventuell. Ey, ich kann's nachvollziehen. Ich würde das auch nicht so pralle finden. Wow, was ist das denn? Wie ist die Welt hier denn bitte zerklüftet? Gehört sich das so? Soll das so sein? Okay, warte mal. Aber hier kommen wir rüber, ne? Alles klar. Anlauf und Geronimo! Oh, da unten wäre, glaube ich, ein Elex vorkommen. Aber... Können wir es später holen. Ich will da jetzt nicht runter. Ich will hier oben den Scheiß fertig machen. Ich will hier weiterkommen. Oh, warte mal. Ist das ne Blume zum Einsammeln da vorne? Tatsache, ne Seerose. Ach, cool. Noch nie gesehen. Pedervieh. Vor allem diese anderen komischen, blöden Pflanzen, wenn wir irgendwelche finden. Diese Krok-Stöcke oder so. Wie die heißen? Don't know. Total zerklüftet. Schon wieder so ein bisschen was von WoW in der Richtung. So dieses zerklüftete Land da. Oder... Weiß nicht mehr mehr, wie das hieß. Und irgendwo. Wenn nicht gar hier. Muss doch mal hinterm Wasser feine blöde Höhle sein. Oh. So, dahin bitte. Na, Falk? Ja, alles klar? So bei dir? Na, wir warten schon lieber kurz. Ich speichere auch mal. Ist vielleicht gar nicht scheiße. Buch. Dann lassen wir mal stehen. Was ist denn das hier? Hallo? Ist das ein Buch zum Sammeln? Ne. Wie sieht's aus? Ich bin etwas für... Hm. Okay. Hätte gedacht, ich könnte hier irgendwas Tolles einsammeln. Ja, das ist auch stark gehofft. Oh, war der Rucksack vielleicht? Ne, nix. Was ist denn das hier für komische... Pass auf, die werde ich mir später bestimmt eigentlich merken wollen. Weil die für eine spezielle Quest nachher irgendwann sind. Und dann habe ich es wieder verplant. und da ist auch irgendwas. Was sind das denn? Okay. Äh. Was wird denn das so dunkel auf einmal? Wenn ich da so hoch gucke. Nika, was ist hier denn kaputt, bitte? Weil... Kein Ernst? Alps? Wirklich? Sind das Separatisten oder sind das Spacken? Das sind Spacken! Ja, will wir nicht. Mach mal was für dein Geld. Ich treffe halt auch nix, ne? Merk das schon. Ich hoffe, ich treffe dem... Oh! Ja, das hoffe ich doch. Mach mal ein bisschen was. Ich bin hier für dich. Hallo? Ich will mal treffen. Wow. Oh, das war eng. Sechs. Er ist kaputt. Na, das bringt mehr. Ich habe mir gedacht, ich brauche da stärkere Geschichten für. Oder ich renne einfach mal rein und versuche es. Und dann nur das Ding zu holen. Das könnte eventuell klappen. Weißt du was? Let's try. Why not? Hallo, Ibims. Eins von der kräftigen Neistigkeit her. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Min? Oder was war das jetzt? Äh. Komm mal mit. Lauf doch mal rüber da. Na, was haben wir hier? Machtwelle. Eine Machtwelle. Sehr geil. Was ist hier denn mit denen? Das ist schade. Machtstoß. Heiltrank. Oh Gott. So, mal ein bisschen was futtern und jetzt gucke ich mal nach den Heiltränken schnell. Heiltränke, wo seid ihr? Oh, jedes Mal vollständig. Nee, ich will andere. Die will ich erstmal haben. Mal gucken, was hier noch so liegt. Das ist auch eine Idee. Mal gucken, ob das klappt. Könnte halt wieder so ein bisschen Panne sein. Und ab jetzt bitte einmal schleichen. Wenn du so weiterschleichst, bekommen wir ein Problem. Wie? Warum? Okay, und vorher nicht, oder was? Oder was ist das da? Sehr altes Tagebuch. Okay, ich kann auf jeden Fall hier Dinge machen. Das ist schon mal so. Sechs, acht, drei, eins. Okay. Okay. Oh, oh, oh. Ach. Okay, äh, Kollege, wir hauen wieder ab. Woanders hin. Schnell. Komm. Gut, gut, gut. Da geht das nicht lang. Da geht's auch nicht lang. Laden. Okay, ich muss ein bisschen genauer hingucken, wo wir hinwollen. So, M. Ganz nah ran. Warte mal. Nimm mal den Falk. Den, nimm, den doch mal weg. Hochleistung CPU. Und Falk ist dann okay. Dann da. Den gelben Marker. Direkt hier vorne. Eine Etage unter uns. Was ist das denn? Okay. What the fuck? Was ist das für ein... Katzenbild, Leute. Katzenbild. Zum Teufel. Boah, komm, lauf. Da ist die Hochleistung CPU. Nice. Foto. Bam. Bam. Easter Egg entdeckt. Easter Egg. Wo ist er? Er hier. Das ist der Björn, von dem ich erzählt habe. Das ist der, der hier... Ihren Namen habe ich vergessen. Aber die beiden, äh... Ihn am meisten, aber sie hin und wieder auch mal, hat man bei solchen Preview-Veranstaltungen gesehen. Geil. Warte mal, warte mal. Mal gucken, ey. Worunter? Foto14. Ein altes Bild mit ein paar fröhlichen Gesellen auf der Couch. Top, ey. Sehr gut. Sehr, sehr gut wieder. Echt. Mine. Im Ernst? Und vor allen Dingen, fällt den Leuten das jetzt gar nicht auf, oder was? Ne, klar. Da draußen läuft der Meck rum. Alles gut. Es ist kompliziert. Wir haben keine Probleme. Nichts, was wir nicht lösen können. Geben Sie mir nur noch etwas Zeit. Ich gebe nicht auf. Er hat uns gesehen. Aber er kann nichts tun. Will ich hoffen. Will ich hoffen. Im Ernst? Das wäre doof, wenn der jetzt irgendwas tun könnte. Das wäre nicht schön. So das Gegenteil davon quasi. Aber das ist doof, dass der uns jetzt gesehen hat. Vielleicht sieht er uns jetzt gleich halt nicht. Pass mal auf, ich will gerne mal mit Falk reden. Wegen der Elektro-Teile. Ja. Hier ist eine hochleistungsfähige CPU. Wunderbar. Dass uns diese Technik aus der alten Welt nicht verloren gegangen ist. Wusstest du, dass der Computer erst vor mehreren hundert Jahren von den ersten Menschen erfunden worden ist? Nein, das wusste ich nicht. Oh ja. Und sie waren elektromechanisch und äußerst störanfällig. Woher kommt dein Interesse? An der Technik. Zu unseren Leuten. Ich finde den Ursprung der technischen Entwicklung seit jeher faszinierend. Das muss wohl daran liegen, dass die Kleriker einen besonderen Bezug zu den Maschinen haben. Wir bauen erstaunliche Kampfmaschinen und hervorragende Laserwaffen. Aber ich will dich damit nicht langweilen. Wie sieht's aus bei dir? Ich bin etwas verwirrt. Ah, ist okay. Du wirst noch unser Friend hier. Scheiße, jetzt sieht er mich doch noch. Ich hab eigentlich gehofft, dass er mich nicht mehr sieht jetzt. Vor allem hab ich da eben gerade, ja? Ja, okay. 6, 8, 3, 1. Geh doch. Ey, sowas funktioniert, Alter. Sowas funktioniert. Energiezelle, okay. Nimm mit. Recher. Ja. Die Frage. Wird halt richtig gerne so richtig kriechen. Nein, das solltest du nicht tun. Was ist das denn? Energie-Dualhammer. Sprengraketen. Nice. Ich bin genau, aber genau auf ne Miene gesprungen. What the heck? Geil und hart, ey. Okay, so, super. Leute, für diese Folge war's das wieder. Das ist das Highlight. Also nach diesem Trampolinsprung. Boing. Alter, komm, lass stecken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Winke, winke. Ciao und tschüss. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen.